Hi Leute, hier ist mal wieder der Oliver mit einem Videotraining für euch. Heute möchte ich euch erzählen, wie ich hier den Ziegenbock retuschiert habe. Ich habe das Bild in einem Tierpark gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, das ein bisschen zu retuschieren und etwas intensiver nachzubearbeiten. Als erstes, bevor ich eine Retusche starte, überlege ich mir natürlich, was zu tun ist an dem Bild. Da mache ich mir auch dann auf einem Zettel ein paar Notizen. Ich möchte gerade mal durchgehen, was da so alles anfällt. Hier sehe ich spontan, dass an der Schnauze ein paar Krümel sind, ein bisschen Gras, weil er vielleicht gerade gefressen hat. Hier ist ein bisschen Schmutz. Die Hörner, die könnten nachher mit Abwedler und Nachbelichter noch ein bisschen im Kontrast gesteigert werden. Die Augen sind nicht ganz auf Höhe. Ich habe schon mal im Vorfeld ausprobiert, das linke Auge, von mir aus gesehen, ein bisschen nach oben zu versetzen. Wirkt aber eigentlich gar nicht. So wie es jetzt steht, ist es besser, als wenn man es versetzt. Was auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist die Schnauze ein bisschen zu richten. Also die steht ein bisschen schief nach vorne links und die muss dann mit dem verflüssigen Dialog etwas nach rechts geschoben werden. Offensichtlich ist natürlich auch, dass die Hörner unterschiedlich sind. Das rechte Horn ist ein bisschen, ja, nicht ganz so groß wie das linke. Das heißt, hier müssen wir das Horn komplett freistellen und dann mit dem Formgitter transformieren, sodass es auf derselben Höhe ist wie das linke Horn. Also werde ich jetzt anfangen, erst mal das Bild ein bisschen zu säubern mit einer einfachen Retusche. Die ganzen Grübel und so raus machen. Dann werde ich das Horn freistellen und dann später mit Abwitter und Nachbelichter die Hörner noch ein bisschen im Kontrast steigern. Okay, ich werde jetzt anfangen. Zur Hilfe nehme ich mein Digitaltablet und meinen Stift. Ich möchte nur anmerken, dass das Tutorial natürlich für Fortgeschrittene ist. Ich werde jetzt also nicht erklären, was eine Ebene oder eine Einstellungsebene ist oder was ein Formgitter ist. Ich gehe davon aus, dass das dann schon der Fortgeschrittene weiß. Okay, ich fange jetzt mal an, indem ich die Ebene dupliziere mit STRG-J oder ABJ, damit ich nachher den Vorher-Nachher-Vergleich machen kann. Mit F gehe ich jetzt in die Bildschirmdarstellung, zoome mal hier an die Schnauze ran, nehme jetzt mit J das Bereichs-Ausbessern-Werkzeug und probiere mal jetzt hier, jetzt nehme ich den Stempel. Stempel hier gerade wieder ein bisschen drüber, habe ich den Krümel weggemacht. So, das war natürlich gerade schon Schuss in den Ofen. Jetzt nehme ich nochmal J. Stempel. Vorher, früher, bei früheren Tutorials habe ich es immer so gemacht. Dass ich mir vorher extrem viele Gedanken gemacht habe über den Ablauf des Tutorials. Das heißt, ich habe mir jede Menge Zettel gemacht. Und mir quasi jedes Wort schon aufgeschrieben und schon jede Menge Vorbereitungen gemacht. Heute versuche ich mal einfach ein Tutorial zu machen aus dem Steggreif. Werde jetzt hier den Workflow aufzeichnen. Das ist jetzt die erste Version. Vielleicht klappt es ja direkt auf Anhieb. Hoffentlich habe ich schon genug Übungen. Ich bin immer noch bei dem Bereichs-Ausbessern-Werkzeug und bin jetzt hier dabei, die Krümel ein bisschen wegzumachen. Hier ist noch was. Hier sind noch kleinere Punkte. Die ich jetzt hier wegrechnen lasse von Photoshop. Photoshop rechnet mir jetzt die Teile weg, die ich markiere. Okay, ich gehe nochmal zurück. Hier das sieht auch noch ein bisschen nach. Hier nehme ich das in Stempel. Stempel ich das einfach mal so weg. Stempel ist ein bisschen kleiner. Gut. Alles klar, ich gucke nochmal den Gesamtanblick. Hier sind noch so ein paar Fäden oder was das sein soll. Die stören auch den Eindruck, wenn man drauf guckt. Die müssen auch weg. Hier sind auch noch so ein paar komische Fäden oder Haare vielleicht sind das. Hier habe ich gerade den Horn ein bisschen angeknabbert. So, okay. Vorher, nachher. Bei gedrückter Alt-Taste drücke ich jetzt hier rein und dann kann ich vergleichen. Aha. Jo. Sieht schon ein bisschen sauberer aus. Wie gesagt, die Schnauze wird später noch ein bisschen mit dem verflüssigen Dialog verschoben. Jetzt möchte ich gerne, na hier oben ist noch was. Jetzt möchte ich als nächstes gerne das Horn freistellen und auf die Größe des linken Horns bringen. Dann nehme ich jetzt mal das Fahrtwerkzeug. Ah, hier oben ist noch so ein Krümel, den ich gerade sehe. So ein Dingspumpf hier. Okay, hier ist noch was. Mit dem Handwerkzeug drehe ich das Ganze jetzt mal. Jetzt nehme ich den Pfad und fange an, jetzt Gummibandes aktiviert, das Horn freizustellen. Okay. Ich bleibe immer ein bisschen, versuchsweise ein bisschen außerhalb. Gehe noch ein bisschen näher ran. Wenn ich jetzt hier mit gedrückter Alt-Taste in den Ankerpunkt reinklicke, kann ich wieder einen neuen Winkel auswählen. Klassischer Problemfall, wenn man zum ersten Mal mit dem Pfad arbeitet und man will die Richtung ändern, steht man auf einmal da und weiß nicht, verdammt, warum kann ich nur Kurven ziehen, wieso kann ich jetzt nicht einfach die Richtung ändern. Ich lege jetzt wieder hier rein, komme wieder gerade raus aus dem Ankerpunkt. Aber wenn man es weiß, ist es natürlich sehr einfach und macht Spaß. Hier ist auch noch ein Krümel, den kann man ja nochmal wegmachen. Ich habe vorhin einfach mal das Saubermachen noch nicht ganz so perfekt gemacht, weil das Horn, wenn es nachher transformiert ist, beziehungsweise vergrößert ist, an eine andere Stelle kommt. Und dann sehe ich erst, wo überall noch vielleicht Schmutz und Problembereiche sind. Dann gehe ich nachher ganz zum Schluss nochmal über das Bild drüber und werde dann auch nochmal Krümel, Schmutz und so weiter rausreduschieren. Die Kurve war zu eng, jetzt gehe ich nochmal neu rein. Okay, jetzt habe ich noch eine eine Seite. Jetzt gehe ich einfach mal hier so in die Ecke, bleibt im Dunkeln verborgen nachher. Gut. Einklicken. Mit gedrückter Shift-Taste verschiebe ich immer den Bildschirminhalt. Wenn man es öfter mal gemacht hat, dann ist das mit dem Fahrtwerkzeug eigentlich sehr schnell gemacht. Okay. Hier sieht man auch schon diverses Farbrauschen. Ich habe eine relativ alte Kamera genommen. Da sieht man dann Violett und Grün rauschen in den Tiefen. Soll aber hier gar nicht stören. Wo ist der Ankerpunkt? Ich gehe mal ein bisschen zurück. Okay. Jetzt gehe ich hier einfach so. Jetzt muss ich mich entscheiden. Soll ich jetzt vor den Haaren vorbeigehen oder hinter den Haaren? Ich werde so einen Mittelweg nehmen. Ich werde jetzt mal einfach hier so mitten durch die Haare durchgehen. nachher, wenn wir fertig sind mit der Transformation des Horns, muss ich nämlich noch Haare da wieder ranmalen. Jetzt sehe ich schon kommen, dass dann also die Haare sich verschieben oder verschwinden oder so. Da muss man dann mit der richtigen Pinselspitze Haare dranmalen. Ich hole jetzt die, das Horn habe ich jetzt rübergeholt. War aber ein Fehler. Nee, war richtig. Okay. Jetzt habe ich die Escape-Taste gedrückt, damit es wieder eine gerade Darstellung ist. Gut. Jetzt machen wir hier Smart-Objekt draus. Rechte Maustaste, jetzt Smart-Objekt konvertieren und gehen dann ins Formgitter. Wichtig hierbei, ich habe es im anderen Tutorial auch schon gesagt, dass man die Ausbreitung erhöht. Ich nehme nochmal 20, 25 Pixel und kann jetzt loslegen, an dem freigestellten Horn meine Punkte zu setzen. So, habe ich zwei Punkte gesetzt. Jetzt ziehe ich mal einfach Spaß dabei hier dran. Aha. Da bewegt sich schon was. Gut. Okay. Jetzt nehme ich mir meine Hilfslinie, damit ich weiß, wie weit ich runter muss mit dem neuen Horn oder mit dem freigestellten Horn. So. Ich schnappe mir nochmal den Anfasser hier. Punkt. Guck da nochmal genau. Aha. Die Schnauze wird noch ein bisschen nach rechts verschoben. Das heißt, von der Höhe her ist es so gut. Von links, rechts würde ich sagen, oh, die Schnauze kommt noch ein bisschen rüber. Ich sag mal, so wäre es gut. Okay. Hier fahre ich noch ein bisschen hoch. Okay. Doch, so wäre es okay. Ich bestätige das mal jetzt. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass es im Hintergrund das alte Horn rausschaut. Kein Problem. Das ist der nächste Schritt. Das muss jetzt retuschiert werden. Da können wir einfach den Stempel nehmen. Ich nehme jetzt den Stempel und werde jetzt hier einfach das alte Horn verschwinden lassen. Das mache ich jetzt ganz grob schlechtig, indem ich einfach mal so da drüber wurstel. nachher oder gleich werde ich mit Abwedeler und Nachbelichter noch ein bisschen Struktur reinmalen. Das heißt, so noch ein bisschen leichtes Licht in dieses schwarze Loch hier reinmalen, damit auf jeden Fall das echt aussieht. Das sieht nicht so professionell aus, aber muss es auch gar nicht sein, weil wie gesagt, aha, jetzt nehme ich mir den Abwedeler. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Hier braucht man schon ein bisschen mehr Übung für. Und male jetzt hier mal so ein bisschen mit einer Pinselspitze die Formeigenschaft hat. Zeichenstiftdruck. Okay, das sieht ganz gut aus. F5 zum Wegmachen. Jetzt male ich hier in die Tiefen rein. Okay. Jo. So sieht es gut aus. Ich male jetzt also quasi wieder hier Fell rein, das ganz leicht ganz leicht Licht hat. Gut. Okay. Mal ein bisschen zu viel. Ja. Sehr schön. Gut. Vorher, nachher. Ja. Also mit dem Horn hat relativ gut geklappt schon. Jetzt schaue ich mir hier oben die Ecke an, wie das mit den Haaren ist. Ja, mit den Haaren. Ja, hat, ist nichts passiert. Die Haare sind noch alle da. Die Ecke hier kann man so lassen. Was mir aber jetzt auffällt, ist, dass hier oben Haare sind und hier sind keine Haare. Gefällt mir eigentlich gar nicht gut. Deswegen werde ich das nächste Schritt ganz spontan sagen, okay, ich male da jetzt ein paar Haare rein. Ich öffne eine neue Ebene, also ich lege mir eine neue Ebene an. Ich werde jetzt eine Pinselspitze definieren. Sagen wir mal so, mit einem Form, mit der Formeigenschaft. Mindestdurchmesser, möglichst klein. Weichheit muss ich ausprobieren. Ich fange mal an mit so 50% Härte und mache jetzt mal einen Strich. Mit weißer Farbe natürlich. Gut. Farbe hole ich mir hier, indem ich hier reinfasse, bei gedrückter Alt-Taste. Grau ist das. Die Dicke ist zu stark. Okay. Jetzt gehe ich wieder ein paar Schritte zurück, damit die Striche verschwinden. Ich zoome jetzt mal hier rein. Hier sehe ich schon ein leichtes Rauschen, das man ja noch berücksichtigen muss. Aha, okay. Jetzt nehme ich noch einen Farb hier da. Und zwar hier hinten nehmen wir da mal ein bisschen was Helleres. Jetzt mache ich noch mal einen Strich. Vor der Hintergrund hier da. Verschärfen. Jetzt habe ich die zwei Farben vermischt. Jetzt muss ich doch eine Mindest Mindestdurchmesser definieren. So. Gut. Also das Wichtigste beim Malen, beim Digitalmalen, ist immer die Pinselspitze. Wenn die Pinselspitze perfekt ist und die passt wirklich genau zu dem, was man malen will, ist das die halbe Miete. Und das hier sieht schon mal ganz gut aus. Ich male jetzt hier mal los. in die Ecke rein. Ich gucke mir nochmal an, wie die andere Seite ausgesehen hat. Mit F5 die Palette weg. Okay, direkt hier ans Horn. Pinsel nochmal aktivieren. Und jetzt male ich hier auf die leere Ebene so ein bisschen Flausch hier die Haare rein. Gut. Im Grunde genommen, wenn es darum geht, im Zuge von der Retusche zu malen, muss man vier Dinge beachten. Und zwar die Luminanz, die Farbe, das Rauschen und die Schärfe. Also spontan sehe ich jetzt hier, dass mein Pinselstrich zu scharf ist. Deswegen mache ich jetzt mal ein gauschen Weichzeichner. Bisschen unscharf. Ich nehme 0,3. Jupp. Die Schärfe habe ich jetzt. Das Rauschen fehlt noch. Das machen wir dann gleich. Ich male aber erst noch ein paar Pinselstriche dazu. Wobei, ich habe einen Fehler gemacht. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Und zwar Protokoll. Hier, da muss ich nochmal hin. Davor. Genau, weil ich muss hier noch was dranmalen. Jetzt öffne ich nochmal eine weitere. Lege ich nochmal eine weitere. Ebene an, lege ich unter die andere. Jetzt male ich nochmal ein paar Pinselstriche unter die Haare, die ich schon gemalt habe. Gucken wir mal von Weitem an. Aha. Müsste noch ein bisschen dichter sein. Also eine Nähe vom Horn werde ich jetzt noch mal ein bisschen mehr reinmalen. Ist ja unten drunter. Okay. Einfach so ein bisschen Spaghetti. Spaghetti-Code hier reinmalen. Gut. Jetzt mache ich hier meinen Weichzeichner drauf. Hier mache ich meinen Weichzeichner drauf. Da habe ich einen Shortcut für mich angelegt. Kann man hier oben erreichen bei Filter Weichzeichnungsfilter der Gauscher Weichzeichner. Okay. Die zwei Ebenen fasse ich jetzt mal zusammen. Ganz keck. Oder beziehungsweise könnte ich erst mal probieren mit dem Nein. Jetzt habe ich die falsche Schastenkombination gedrückt. Jetzt hole ich den mit dem Nikfilter. So, den breche ich jetzt dann wieder ab. Ich wollte nämlich diesen Shortcut haben für den Rauschen. Monogrammatisch lasse ich mal weg. Jetzt habe ich eine Farbe drin. Gut. Okay. Das gefällt mir ganz gut. Hier mache ich auch eine Farbe drauf. Jetzt habe ich diesen beiden Ebenen ein Farbrauschen verpasst. Ich fasse die erst mal zusammen. Was ich vorhin gesagt habe bezüglich Schärfe Rauschen Luminanz und Farbe passt jetzt die Schärfe und das Rauschen. Was jetzt noch nicht ganz stimmig ist ist die Helligkeit also die Luminanz. Deswegen mache ich jetzt eine Tonwertkorrektur. Und werde jetzt versuchen hier das so ein bisschen noch abzudunkeln. Von weitem mal angeguckt. Ja. Das liegt so ein bisschen im Schatten von dem Horn. Ich sage mal so wäre es okay. Von weitem. Jo. Vorher nachher. Mal ran zoomen. Ja. Kann man jetzt mal so lassen. für. Also man kann es natürlich noch ein bisschen besser machen. Die sind vielleicht ein bisschen einen Tacken zu dünn. Hier kriegt das bestimmt besser hin. Da muss die Pinselspitze vielleicht ein Pixel größer sein. Aber ich spare mir jetzt mal. Im Prinzip kann man es schon so lassen. So weit, so gut. Jetzt fällt natürlich auf, dass die Schnauze schief ist. Alles andere ist symmetrisch und hier unten gucke ich hin. Aha, die Schnauze ist asymmetrisch. Hier diese an der Nase, hier die an der Schnauze. Die Senkrechte ist auch schief. Die gehört so auch nicht hin. Da gehen wir jetzt mal mit dem verflüssigen Dialog ran und versuchen das Ganze ein bisschen Entschuldigung ein bisschen auszurichten. Shift, Apfel, Control. Damit kann ich die Größe verändern. Jetzt schiebe ich das Ganze hier mal ein bisschen gerade. So. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, wenn ich jetzt die Schnauze hier ein bisschen schiebe, habe ich natürlich die ganzen Pixel hier verschwommen. Ich darf jetzt natürlich nur ganz moderat von dem Werkzeug Gebrauch machen. Hier kann ich es ein bisschen aufpolstern. So. Hier unten gehe ich so ein bisschen dass die Schnauze schön akkurat aussieht. Ich bestätige mal. Schauen wir es an. Vorher, nachher. Also ich neige jetzt dazu dazu zu lassen, wenn ich es jetzt ich sag mal, der hat ja hier die ganzen schiefen Linien drin und wir haben die Linie jetzt hier. Ich mache mal die Blitzlinien an. Die haben wir jetzt begradigt. Der hat jetzt hier im Scheitel Ah, ich könnte noch ein bisschen könnte ich noch rüber. Mache ich noch mal eine Auswahl. Probier noch mal hier diesen Bereich mit der senkrechten noch ein bisschen leicht zu begradigen. Noch ein bisschen rüberholen. Dass das genau in der Flucht ist. Ja, jetzt bin ich fast in der Flucht hier mit dem Scheitel. Hilfstilien aus. Steuerung H. Jo, damit kann ich jetzt schon mal ganz gut leben. Zum Schluss, wie ich es zu Anfang gesagt habe, mache ich mir jetzt eine graue Ebene. Die fülle ich, also ich mache jetzt einfach mal hier, ich drücke hier unten auf den Abreißblock. Gehe hier bei Bearbeiten, Fläche füllen. Verwenden. 50% Grau. Weiches Licht. Transparente Bereich schützen. Das ist Quatsch. Habe ich nicht gerade weiches Licht eingegeben? Komisch. Okay. Jetzt nehme ich den Abwehter-Nachbelichter und werde jetzt hier in dieses Horn werde ich jetzt noch ein bisschen Struktur reinmalen. Mit weicher Pinsel, mittelweich, so. Belichtung, Mitteltöne. Fange ich mal jetzt hier an. Bisschen zu stark. Das kann ich hier mit Komma und Punkt, so ist es bei mir eingestellt, immer die Pinselspitze vergrößern und verkleinern. Und mal jetzt hier so, ja, sieht so ein bisschen nach HR-Giga aus, hier die ganze Geschichte. Und dem Horn, das gefällt mir gut. jetzt wechsle ich mal zum Nachbelichter, stelle ein bisschen stärker, mal jetzt hier Schatten rein und dann kommt in dieses Horn richtig viel Kontrast und das sieht dann nachher zusammen mit dem Gesichtsausdruck sehr imposant aus. dieses Tierchen. Ich will es auch jetzt gar nicht übertreiben. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie man aus einem einfachen Tierbild einfach mit einer kleinen Retusche, die vielleicht nur eine Viertelstunde dauert oder vielleicht eine halbe Stunde, wenn man sich viel Mühe gibt, wirklich das Maximum rausholen kann. Jetzt habe ich wieder fertig, sage ich jetzt mal. Natürlich kann man da noch länger dran umarbeiten. Jetzt drehe ich die ganze Geschichte zum anderen Horn, zur anderen Seite. Hoppala, jetzt habe ich ein bisschen mich überschlagen. So, schön langsam die Lichter vorholen und die Schatten verstärken. Nachbelichter hier noch Nachbelichter Abwittler die Stelle ein bisschen aufhellen. Okay. So, Escape-Taste vorher, nachher. Ja, kommt sehr gut nach vorne. Das Ganze sieht richtig schön plastisch aus jetzt. Jetzt gehe ich nochmal hier ans Horn ran, an die seitlichen Hörner besser gesagt. Holte auch nochmal den Abwittler rein und werde hier nochmal die Lichter betonen. Ich werde das alles ein bisschen schneller machen, damit das Video nicht nur noch fünf Stunden lang geht. Ich habe schon vier Gigabyte aufgezeichnet jetzt. Okay. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. damit so ein Bild jetzt richtig knackig aussieht, fehlt immer noch Kontrast am Schluss. Da gibt es natürlich auch Filtertechniken für, was ich jetzt hier mache. Das ist natürlich nur was für Freaks und Liebhaber. Da kann man auch mit dem Hochpassfilter und drei, vier grauen Ebenen und Verrechnungsmodi kann man das auch mit dem Photoshop-Filter kann man das auch kann man auch den Kontrast aufsteigen oder mit dem Nik-Filter, den ich vorhin schon mal kurz angeschossen habe hier. Damit gibt es auch die Möglichkeit den Kontrast zu erhöhen. Aber ich bin halt ein Freund vom Abwickler und Nachbillichter das mag ich total gerne mich hier minutenlang oder auch manchmal noch viel länger hinzusetzen und Kontrast in so ein Bild reinzumalen. Auch wenn ich Insekten fotografiere und die Insektenbeine oder so da Knack reinzumalen und das sieht dann wirklich wahnsinnig spannend aus weil das dann plastisch aussieht. Nochmal mit dem Nachbillichter ein bisschen abdunkeln Alles was dunkel ist ein bisschen betonen Okay Jetzt gucke ich mir es nochmal an vorher, nachher Das linke Horn könnte noch eine weitere Behandlung gebrauchen aber ich sage mal die rechte Seite sind richtig jetzt fetzig aus Gut mehr wollte ich euch gar nicht dazu sagen vorher nachher so sieht es vorher aus imposant aber im Detail noch ein bisschen ja verbesserungswürdig und so sieht es nachher aus das ganze dauert dann wie lange habe ich das aufgenommen ich habe erst eine halbe Stunde aufgenommen wenn ich das so alleine mache dann dauert es vielleicht 15 Minuten bis ich hier einmal komplett durch bin mit dem Horn und so weiter das geht sehr schnell nach Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen wenn es euch gefallen hat einfach Daumen hoch und abonnieren und bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal